Moin zusammen, meine Freunde, grüße euch zu diesem Video. Heute machen wir wieder ein kleines 3-Nacht-MeToo-Talks-Video, weil mir vom lieben Arne, Grüße gehen raus, ein Artikel zugesandt wurde. Und da geht es nämlich um einen Blitzer, der gesprengt wurde. Und der ganze Blitzer, der steht hier bei mir in der Nähe, in Overrad, das ist zwischen Gummersbach und Köln, das werden einige von euch kennen. Und darüber müssen wir sprechen. Und als erstes so einen kleinen Disclaimer mal direkt hier vorweg. Ich bin nicht jemand, der sich für Rasen oder ähnliches posen und sonstige Sachen, wie das bezeichnet wird, ausspricht. Im Gegenteil, ich bin jemand, der sich für das Blitzen ausspricht. Denn wenn das z.B. vor einem Kindergarten, vor einer Schule oder überhaupt in Unfallgefahrensituationen gemacht wird, um präventiv gegen solche Unfälle vorzugehen, ist das eine Sache, die muss auf jeden Fall stattfinden. Aber ich spreche mich auf der anderen Seite auch ganz klar dagegen aus, dass damit Kasse gemacht wird. Dass versucht wird an Stellen, wo keine Unfallschwerpunkte sind, versucht wird, einfach nur die Bürger abzuzocken. Das finde ich nicht in Ordnung. Und dementsprechend, jetzt geht es los mit dem Video. Wenn ihr neu seid, gerne abonnieren. Hier geht es eigentlich im Fokus um Autopflege, aber auch alles, was Autos betrifft. Viel Spaß beim Video. So, wie gerade eben angekündigt, wir sind jetzt hier beim Presseportal und gucken hier auf den Polizeibericht des Rheinisch-Bergischen Kreises. Das ist direkt vor den Toren Kölns. Und das ist die Stelle Overrad ungefähr, ganz genau vor der Ausfahrt nach Untereschbach. Wenn einige von euch kennen, ist das. Geht so relativ stark in eine Senke runter. Und die Strecke war eigentlich immer offen. Eigentlich seit ich einen Autoführerschein habe, konnte man dort hier fliegen lassen, gab es keine Tempolimit-Beschränkung. Allerdings wurde das vor ein paar Jahren, ein, zwei Jahren meine ich, geändert, weil dort eine Baustelle ist, wie man hier an dieser kleinen Mauer auch sehen kann, wo hinter der explodierte mittlerweile Blitzer nämlich steht. Die Baustelle, ganz ehrlich, könnt ihr mal gerne, wenn ihr aus der Gegend seid, in die Kommentare was reinschreiben. Ich habe dort noch nie, das schwöre ich euch, noch nie einen einzigen Bauarbeiter gesehen, in diesen ein, zwei Jahren, wo ich die Baustelle kenne und regelmäßig dort vorbeifahre, dass da auch nur ansatzweise irgendwas gearbeitet wird. Deswegen frage ich an der Stelle direkt mal, was wird denn da gemacht? Warum existiert diese Baustelle dort so lang? Kann ich nicht nachvollziehen. So, und dementsprechend, dort stand jetzt seit der letzten Woche, und das habe ich dann auch gesehen, als ich dort letzte Woche mal wieder lang gefahren bin, ein Blitzer. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes, allerdings war es dann hier dieser Blitzer, der auf dem Anhänger steht, der sieht dann wirklich so total abgespaced aus. Ich finde, man erschreckt sich dann auch immer wieder relativ, auch wenn ich da in einem Baustellenbereich, müsste 80 sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, definitiv nicht zu schnell vorbeifahre. Dennoch finde ich ihn ein bisschen erschreckend, wenn man auf einmal dieses graue Ungutüm dort so an der Ecke stehen sieht. Ja, was ist genau hier passiert? Gucken wir uns den Bericht der Polizei hier mal an. Bislang unbekannter Person hat in der Nacht zu Montag, am 11.04. auf der A4 in Höhe der Anschlussstelle unter Eschbach mit einem bislang unbekannten Mittel einen Geschwindigkeitsanhänger gesprengt, der dort auf dem Seitenstreifen stand. Ein Zeuge hatte den stark beschädigten Messanhänger gegen 3.42 Uhr festgestellt, da er mit seinem Pkw beinahe über größere Splitterteile gefahren wäre. So heißt es nämlich hier. Und man sieht das ja, dass hier zahlreiche Sachen wirklich hier komplett verteilt rumliegen und dann lagen wohl auch noch irgendwie hier auf der Autobahn selbst, also auf der Straße, genauso wie auch hier, weil das ist hier eine Brücke und hier drunter ist eine Unterführung. Hier unten auf der Straße lagen wohl auch noch Trümmerteile dessen. Also das ist wirklich ganz klar zu verachten, denn das ist saugefährlich, was da an Metallteilen und alles hin und her rumgeflogen sein muss. Muss wohl wirklich krass gewesen sein. Die Vermutung der Polizei liegt natürlich relativ nahe, dass es jemand sein könnte, der zuvor mit erheblich überhörter Geschwindigkeit gewitzt wurde, um dann hinzugehen und zu sagen, jo, jetzt ist das Ding kaputt und dann kann das nicht mehr ausgewertet werden, ich bekomme kein Ticket. Man muss sich nur die Verhältnismäßigkeit mal vor Augen führen, finde ich halt ziemlich krass. So, und wenn man jetzt weiter darüber guckt, dann haben wir hier einen Artikel von dem WDR. Und der WDR schreibt aber auf der anderen Seite, warum ich mir nicht unbedingt vorstellen kann, dass es jemand war, der wirklich geblitzt wurde, betroffen wurde. Heißt nämlich hier, die Polizei hat in den Trümmerteilen die Festplatte des mobilen Blitzers gefunden. Darauf befinden sich zahlreiche Fotos, die das Gerät gemacht hat. Sie werden nun ausgewertet. Polizei hofft auf diese Weise, Hinweise auf die Täter zu bekommen. Ja, das glaube ich jetzt eigentlich eher nicht, weil wenn jemand doch wirklich da betroffen gewesen wäre, hätte der doch logischerweise die Festplatte mitgenommen. Oder sehe ich das falsch? Schreibt es mal in die Kommentare gerne unten rein. Ja, und weiterhin interessant ist dann natürlich auch so das öffentliche Feedback. Und SBA 3 hat bei Facebook dazu ein Posting hier gemacht. A4 bei Overrath, Unbekannter, Spreng, Blitzer, Anhänger und so weiter heißt es. Und dann gibt es in diesen Kommentaren eigentlich nur so zwei Arten von, ja, Kommentatoren oder von zwei Lagern, wie auch immer man das aussprechen mag. Hier wird zum Beispiel das Ganze ein bisschen verherrlicht, muss man wirklich kritisch sagen. Der Typ oder die Typ, der muss das eigentlich, ja gut, Geschlechter spielen ja heute keine Rolle mehr, wissen das. Typ sollte einen Orden kriegen. Naja, da bin ich jetzt nicht so für, auch wenn ich mich wirklich ganz klar gegen Blitzer und Abzocker und so weiter positioniere, ist das schon eine ganz, ganz heftige Nummer. Auf der anderen Seite schreibt dann eine Sabine Fesen, ich kapiere es nicht. Wieder kommen Stimmen. Wir werden nur ausgenommen. Die wollen uns nur in die Tasche greifen. Deutschland ist mies. Zum einen, wer nach Schildern fährt, kann locker an einem Blitzer vorbeifahren, der tut dann nichts. Also, liebe Sabine, für dich mal zur Erklärung. Ich wurde vor einigen Jahren geblitzt auf der A45 Richtung Hagen. Und ich wurde fälschlich geblitzt. Sowas kommt täglich mehrfach vor. Das sind keine Verschwörungstheorien, liebe Sabine. Das ist Gang und Gäbe in Deutschland. Dass ein Blitzer falsch ausgerichtet wird, laut dem Messprotokoll nachweisbar, dass ein Blitzer falsch eingestellt ist, zu früh blitzt, etc. pp. Gibt es zahlreiche Nachweise darüber. Informiert euch da zum Beispiel bei der Hexer, ein Anwalt aus Wuppertal, der mich bei diesem Ding damals vor ein paar Jahren auch vertreten hat. Einige von euch werden das Video bestimmt noch sich daran erinnern. Und genau so muss man doch meiner Meinung nach ganz klar dann auch kritisieren und überhaupt diskutieren können darüber, wenn ein Verkehrsschild irgendwo jetzt steht. Von mir aus mag das hier an der Situation wegen der Baustelle, auch wenn sie nicht so richtig aktiv ist, aber hier nur noch zwei Fahrspuren aktiv sind, auf 80 kmh reduziert sein die Geschwindigkeit. Okay, aber es gibt so viele Stellen, so viele Situationen, wo wir darüber diskutieren können und müssen, dass nämlich die Geschwindigkeit nicht notwendig ist, so stark zu reduzieren an manchen Stellen. Ihr könnt ja Beispiele dazu mal gerne unten reinschreiben. Ich habe dazu einige. Oder auch habe ich zahlreiche Beispiele, nämlich zwei an der Zahl hier, speziell bei uns in der Nähe von Köln, wo man nur als Ortskundiger nicht geblitzt wird, weil die Verkehrsschilder 70 auf 50 und danach ist ein Blitzer so versteckt hinterm Busch stehen, dass du es gar nicht als Nicht-Ortskundiger erahnen kannst, dass dort auf einmal, auch von der Streckenführung her, 50 kommt. Solche Sachen gibt es auch Omas, wo wirklich einfach nur Gelddruckmaschinen stehen. Und dagegen spreche ich mich ganz klar aus, dass an Situationen oder an Positionen wirklich sowas betrieben wird, wo es nicht notwendig ist, weil das keine Unfallschwerpunkte sind. Und Unfallschwerpunkte ist dann dazu auch nämlich noch ein passendes Stichwort. Ich habe mir dazu mal hier von der, guck mal hier oben auf die Startseite, polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2021 der Stadtregion Köln-Leverkusen und der Bereich der Autobahnpolizei Köln angeguckt. Und wenn man nämlich hier, ist das relevant, auf Seite 17 müsste es gewesen sein, genau, wenn wir auf Seite 17 gehen, haben wir hier die Unfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Verunglückten. Bereich Autobahnpolizei Köln. So, und das hängt nämlich meiner Meinung nach auch ganz klar mit Tempolimit zusammen. Und die Sabine ist meiner Meinung nach direkt so ein typischer Kandidat dafür, ja, Tempolimit, damit gibt es dann keine Unfälle mehr auf der Autobahn. Und das ist Schwachsinn. Es gibt keine Statistik, die das beweist. Mir ist zumindest keine bekannt. Diese Statistik bestätigt nämlich meine Wahrnehmung. Also, wir haben hier einmal in Position 1 die Unfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Verunglückten. Und verunglückt bedeutet nicht auch verstorben oder ähnliches. Das ist die relativ kleine Zahl, die hier geschrieben steht. Das muss man wirklich ganz klar dazu sagen. Das heißt, verunglückt kann auch sein, du hast Schädel-Lirntrauma, du hast irgendwie was am Nacken oder sonst was. Du bist einfach verunglückt. Das waren 411 Fälle im Jahr 2021, was ich persönlich wirklich relativ gering finde. Zudem noch ein ganz wichtiger Hinweis zu dieser Statistik, hier beim Sternchen nämlich, Mehrfachzählungen aufgrund diverser Unfallursachen. Das heißt, die Kombination daraus gibt es auch. Es kann ja der Abstand hier zum Beispiel an Position 1 nicht eingehalten worden sein. Und zugleich war die Geschwindigkeit überhöht. Gibt es auch. Und Geschwindigkeit überholt ist genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte, warum Tempolimitforderungen in Verbindung mit, dadurch gibt es dann weniger oder gar keine Unfälle mehr auf der Autobahn, absoluter Schwachsinn sind. Nehmen wir an, man macht einen Unfall jetzt hier in dieser 80er-Zone vor der Ausfahrt unter Eschbach mit 120. Dann ist das ein Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit. Aber das hat ja nichts mit einem Tempolimit ab 130 kmh zu tun. Was würde denn das Tempolimit von 130 kmh für diesen Unfall hier bedeuten in der 80er-Zone mit 120? Richtig, gar nichts. Er hätte gar nichts gebracht. Dementsprechend darf das nämlich nicht kombiniert werden. Diese Aussage, direkt, zack, weniger Geschwindigkeit ist automatisch auch weniger Unfälle. Das hängt nämlich nicht direkt mit zusammen. Man müsste hier eine dedizierte Statistik haben, wo ausgewiesen wird, Klammern, Tempolimit, hier, was weiß ich, 20 Fälle davon von diesen 228 hätten verhindert werden können mit Tempolimit, weil die Unfälle sind passiert. 130, haben wir jetzt Richtgeschwindigkeit, wäre die Person 130 gefahren, wäre nichts passiert. Er ist aber 230 gefahren. Okay. Aber das wird leider nicht gemacht und ist vielen Leuten, glaube ich, einfach auch gar nicht so bekannt. Die hören dann einfach nur, rasse auf der Autobahn. Und das ist ja immer das Schlimme, weil jemand, der nochmal das Beispiel hier der Baustelle in der 80er-Zone, in der Baustellensituation mit 120 fährt, das ist für mich persönlich definitiv ein Raser. Ein Raser ist für mich nicht jemand, der in der 130er-Zone bei Nacht oder ähnliches, wo die Straße schön frei ist, übersichtlich, gerade Strecke, trocken und so weiter mit 230 fährt. Das ist für mich kein Raser. Aber ihr könnt ja eure Meinung gerne mal zu dem Thema unten reinschreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns anständig darüber diskutieren. Ich bin gespannt darauf. Was haltet ihr von der Aktion? Habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen? Dementsprechend Daumen hoch fürs Video. Abonnieren, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.